Also du hast gesagt, dich freut es, wenn die Menschen Gänsehaut bekommen. Ich muss sagen, ich habe Gänsehaut bekommen. Ich habe Gänsehaut bekommen, weil ich habe sowas Schreckliches schon lange nicht mehr gehört. Es war kein Ausdruck, es war kein Gefühl. Du standst da wie ein Storch, hast dich am Mikrofon festgehalten wie am Pippi deines Freundes. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, in einem Nonnenkloster würde ich mehr unterhalten werden als wie bei dir. Tja, vielleicht steht die Piazza und vielleicht liegt mir positiv. Also bei diesem Lied schmelze ich sowieso, egal wer es singt. Jetzt hat sie das aber nicht so schlecht gemacht. Sie ist ja nicht hier, um ein Weltstaat zu werden. Aber er sieht das mit seinen professionellen Augen ganz anders. Und jetzt fragen wir mal die Silvia. Also ich bin nicht so streng wie er in diesem Fall. Natascha, an und aus und aus. Das geht ja dazu. Also alle Kritik ist gut. Einmal positiv abholen und man muss dann mehr durch sie selbst machen. Weil du schuhe, ich hatte schon an der Profi, weil die Stimme nicht mehr portiert. Weil allein die Musik, ich weiß nur, aber das Problem war von der Musik aus, dass wir nicht mehr hören. Ja, ein bisschen zu hören. Die Musik war absolut zu hart. Das schuhe, aber du hast die durch einen Whisky-Stimme, durch einen Zigar-Stimme, die durch einen Stimme, die... Ich meine, du musst mal vielleicht muss aufhängen, denischen Texte zu schreiben. Das gibt so in den Stimmen die Hürde Charakter, den Doors, und die muss rauskommen. Und vielleicht bei... Aber ganz ehrlich, jetzt muss ich dir sagen, man kann das nicht vom Playback abhängig machen. Weil ich sage mal so, also entweder man singt kräftig und kann ansingen, oder man singt nicht kräftig. Weißt du, ich meine, das ist ja so, er sagt, man nimmt das mit Augenzwinkern, trotzdem sehen vielleicht viele tausende Leute jetzt zu, die dich anschauen. Und da muss nur ein einziger dabei sein, der an irgendeinem Hebel sitzt und sagt, die möchte ich rausbringen, die möchte ich unterstützen. Und da hast du absolut nicht überzeugt. Das ist meine Meinung.